Neben mir steht ein neuer Fernseher von Löwe. Löwe? Löwe? Denkt sich jetzt mancher einer, war da nicht was? Ja, da war was und zwar eine Insolvenz. Vor zwei Jahren musste Löwe im fränkischen Kronach die Pforten schließen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause schicken. Dann kam aber ein Investor, hat den Laden übernommen und die Fertigung wieder hochgezogen. Inzwischen sind da wohl wieder rund 200 Menschen tätig und die haben zum Beispiel diesen Fernseher gebaut. Das ist das Modell Bild I und wir schauen uns jetzt an, was da alles neu ist und was uns auch bekannt vorkommt. Wenn man schon andere Löwe-Fernseher kannte, dann kommt einem manches an dem neuen Löwe Bild I bekannt vor. Das fängt beim Design an, da gibt es wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel unten diesen kleinen runden Knubbel, der jetzt keine großartige andere Funktion hat, als einfach eine Statusanzeige zu sein. Die Fernbedienung aus kühlem Alu ist auch erstmal relativ bekannt auf den ersten Blick. Die unterscheidet sich nur in Details von ihren Vorgängermodellen, aber dazu kommen wir später noch einmal. Aber auch ansonsten, das Gehäuse ist sehr schön gemacht. Auf der Rückseite gibt es Blenden, mit denen man die Anschlüsse verdecken kann. Die Rückseite ist zum Teil mit Stoff verkleidet, sodass der Fernseher auch freistehend schön aussieht. Und der Fernseher ist mordsschwer, merklich schwerer als andere Modelle in dieser Größe. Bei der Technik greift Löwe zum Teil auf bewährte Komponenten zurück. Zum Beispiel der Bildschirm. Das ist ein OLED-Bildschirm von LG Display und jetzt eben nur in der neuesten Generation. Löwe zählte schon vor etwa fünf Jahren beim früheren Modell Bild 7 zu den ersten Anwendern der OLED-Bildschirmtechnik. Er kann also da auf eine bewährte Kooperation zurückblicken. Man sieht auch jetzt beim neuen Löwe Bild i, dass Löwe diese Technik extrem gut im Griff hat. Wir haben das im Testlabor uns genau angeschaut und die Farben nachgemessen zum Beispiel. Bei der Farbtemperatur mussten wir tatsächlich lachen. Die liegt hier bei der Messung beim Löwe Bild i bei 6499 Kelvin. Nach Norm wäre der Sollwert 6500 Kelvin. Also das ist dermaßen nah dran. So dicht an dem Sollwert war bis jetzt noch kein anderer Fernseher. Und auch andere Parameter wie zum Beispiel die Farbtreue, also wie genau der Fernseher die gewünschten Farbmischungen darstellt. Da ist der Löwe Bild i komplett im grünen Bereich. Bei der Bildhelligkeit hält sich Löwe ein bisschen zurück. Da gibt es aktuell auch hellere OLED-Fernseher. Löwe sagt sich, sie bleiben da lieber ein bisschen konservativ und fahren den Bildschirm nicht bis an die Grenze aus. und hoffen dadurch auf höhere Lebensdauer. Der Fernseher wird einem jetzt auch nicht irgendwie als dunkel oder trüb vorkommen. Dafür sorgt allein schon der extrem hohe Kontrast, für den OLED-Fernseher auch berühmt sind. Erst im direkten Vergleich mit einem anderen, sehr aktuellen Gerät, sieht man den Unterschied, dass zum Beispiel Sonnenlicht nicht so intensiv glitzert, wie es bei Konkurrenzmodellen zum Teil möglich ist. Extrem gut wiederum ist der Löwe Bild i auch für OLED-Verhältnisse bei der Blickwinkelstabilität. Die Farben weichen wirklich nur minimal ab, wenn man so von ganz schräg von der Seite auf dem Bildschirm drauf guckt. Man kann es eigentlich nur messen und nicht sehen. Und der Kontrast bleibt ohnehin perfekt, auch bei seitlicher Betrachtung. Auch die übrige Darstellung, zum Beispiel von Bewegung, die Skalierung von HD-Material und so weiter, ist bei dem Löwe Bild i wirklich gut gelungen. Da setzt Löwe auf einen eher harmonischen Bildeindruck, eher ein bisschen weicher, als jetzt betont knallig zu sein. Aber es ist angenehm und so, dass man auch normales Fernsehprogramm gut gucken kann und dass nicht nur jetzt die allerneuesten High-End 4K-Produktionen gut aussehen. Beim Ton würden Pessimisten sagen, da hat Löwe gespart. Optimisten sagen sich, sie geben für den Ton nicht unnötig viel Geld aus, wenn sie ohnehin eine teure Stereoanlage oder einen AV-Receiver oder eine teure Soundbar angeschlossen haben. Sprich, die serienmäßigen Lautsprecher sind so okay, klingen ein bisschen hart, die S-Laute stoßen schon mal ein bisschen an, aber man kann dann mit Nachrichten gucken, Talkshows gucken und so weiter. Das geht. Wer höhere Ansprüche hat, bekommt für vergleichsweise schlanke 300 Euro Aufpreis die Löwe Klangbar I. Das ist eine Lautsprecherleiste, die hier unten dran geschraubt wird. Wir haben das hier mal montiert und hat hinten einen Stecker am Fernseher, mit dem die verbunden wird. Das ist also eine komplett integrierte Lösung. Sieht aus, als müsste das so sein. Und damit ist der Ton richtig gut. Ein bisschen wärmer, ausgewogen mit saubereren S-Lauten, mit sehr klarer Sprachwiedergabe. Wer also keine noch teurere Soundbar oder keine Stereo-Anlage oder sowas anschließen möchte, ist mit dieser integrierten Lösung für 300 Euro Aufpreis bestens bedient. Raumklang inklusive Dolby Atmos gibt es ebenfalls. Wichtig, wenn man eine Surround-Anlage anschließen möchte. Apropos anschließen. Auf der Rückseite, hinter den schon erwähnten Blenden, die das Ganze ein bisschen hüpf machen, dahinter befinden sich vier HDMI-Eingänge. Da ist jetzt für Gamer nur interessant zu wissen, man kann natürlich eine Spielkonsole anschließen. Die verdauen auch 120 Bilder pro Sekunde, wie sie die neuen Spielkonsolengeneration liefern kann. Aber das nur derzeit bis Full-HD-Auflösung. Wenn man 4K zuspielt, verkraften die Eingänge maximal 60 Hertz. Außer den HDMI-Anschlüssen gibt es noch drei USB-Anschlüsse, um zum Beispiel Fotos und Videos abzuspielen. Es gibt auch eine Aufnahmefunktion, aber dafür muss man keinen USB-Speicher anschließen. Nämlich dafür ist der Speicher gleich im Fernseher integriert. Sprich, da steckt der Rekorder drin. Der Speicher ist 1TB groß. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, für wie viele Tatortfolgen das reicht. Es sind viele. Es sind mehr, als ich sehen möchte. Richtig viel hat sich bei dem Löwe Build-E, bei dem Bedienkonzept, bei den Menüs, bei der Benutzeroberfläche getan. Und da auch speziell, was Smart-TV-Anwendungen angeht. Löwe darf ja als Vorreiter der Smart-TVs gelten. Und ich denke mal, Löwe war auch der erste Hersteller, die überhaupt so etwas in der Art wie ein Smart-TV auf den Markt gebracht hat. Das waren vor vielen, vielen Jahren noch Röhrengeräte mit eingebautem Windows-PC. Später gab es dann LCD-Geräte mit Netzwerkanbindungen. Und die waren eigentlich ihrer Zeit noch einen Schritt voraus. Im Laufe der Zeit kamen dann Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video und Netflix und so weiter auf den Markt. Und da geriet Löwe leider ein wenig ins Hintertreffen. Weil Löwe als Hersteller zu klein war, um die ganzen Apps, die man da braucht, selbst zu programmieren oder anzupassen. Und einer Firma, Netflix, war dann irgendwie ein kleiner Hersteller im fränkischen Kronach einigermaßen egal. Und war dann auf dem Weltmarkt zu klein, um dafür auch noch die Apps anzupassen. Ergo, bei den letzten Löwe-Fernsehern hat man auch in den Tests kritisiert, dass es zum Beispiel kein Netflix gab. Das hat sich jetzt bei der neuen Serie oder bei der neuen Generation grundlegend geändert. Da hat sich nämlich Löwe einen starken Partner ins Boot geholt. Und das ist die amerikanische Software-Schmiede Vida. Die gehört zum Hisense-Konzern. Hisense ist einer der fünf größten Fernsehgerätehersteller. Und damit ist eben die Plattform groß genug, dass sie eben auch für Netflix zum Beispiel interessant ist. Und das sorgt dann eben dafür, dass eine vergleichsweise breite Auswahl an Streaming-Apps zur Verfügung steht. Jetzt zum Testzeitpunkt waren zum Beispiel Amazon Prime Video und Netflix verfügbar. Es gibt auch zum Beispiel den Sportdienst The Zone, für Fußballfans zum Beispiel ganz wichtig. Und noch bis Jahresende sollen noch Apple TV und Disney Plus verfügbar sein. Was dann noch darüber hinaus hinzukommt, muss man sehen. Aber klar, es gibt natürlich auch jetzt schon Mediatheken, es gibt YouTube und auch ein paar kleinere Dienste. Wichtig noch zu wissen bei Amazon Prime Video und bei Netflix, die Apps laufen auch in sämtlichen Qualitätsstufen. Sprich, man kann da auch 4K- bzw. UHD-Videos abrufen. Es gibt Dolby Vision oder ab und zu bei Amazon Prime Video HDR 10+. Also die beiden etwas aufwendigeren HDR-Verfahren, die dafür sorgen, dass der Bildschirm den bestmöglichen Kontrasteindruck liefert. Zu den Stärken des Fernsehers gehört wieder die einfache Handhabung. Und da merkt man zum Beispiel, dass das Menü von Muttersprachlern geschrieben wurde. Dass es eben nicht die dritte Übersetzung von einer Übersetzung ist und wo man da manchmal so ein bisschen um die Ecke denken muss. Hier erklärt sich alles relativ von selbst. Die ganze Anordnung ist übersichtlich und folgt einer gewissen Logik, sodass man sehr schnell mit dem Fernseher klarkommt. Das gilt im Prinzip auch für die Fernbedienung. Da finden wir, sind die Tasten klarer beschriftet als bei den früheren Modellen. Man findet leichter zum Beispiel die Taste für die Einstellung oder den Homebutton, um ins Hauptmenü zu kommen. Das ist soweit alles prima. Nur bei der Gestaltung der Menü-Taste hat sich Löwe nicht so den Gefallen getan. Man findet die OK-Taste mit dem Daumen nicht so intuitiv, weil das Profil sehr flach ist. Und schlimmer noch bei den Tasten da drunter, die Direkttasten für Streaming-Dienste wie jetzt Netflix zum Beispiel, die reichen bis zur Kante der Fernbedienung, sodass man die leicht aus Versehen mit dem Handballen bedient. Klingt jetzt wie eine Petitesse. Wir haben da im Test schon das ein oder andere Mal drüber geflucht, weil ständig ruft man irgendwie Rakuten-TV auf, was man eigentlich nicht braucht. Das Gute wiederum ist, der Fernseher arbeitet sehr, sehr, sehr fix. Man muss also nicht lange warten, bis die App geladen hat und gestartet ist, dass man sie auch wieder schließen kann, sondern man kommt gleich wieder zurück. Insofern ist es kein Riesendrama. Aber Löwe hat das auch schon erkannt und arbeitet bereits an einer verbesserten Version der Fernbedienung und stellt da dieses Manko ab. Am Ende des Tests hat uns der neue Löwe Bild-i voll überzeugt. Das liegt in allererster Linie an der Bildqualität. Die zählt zum Besten, was derzeit für Geltung gute Worte zu haben ist. Und vor allem ist die schon gleich ab Werk sehr gut, sodass man dich nicht erst im Menü komplizierte Einstellungen vornehmen muss. Die Tonqualität ist ebenfalls gut, vor allem wenn man sich für 300 Euro Aufpreis die Soundbar dazu gönnt. Dann braucht man eigentlich keine andere externe Lösung mehr. Und in Sachen Streaming ist Löwe jetzt wieder auf Höhe der Zeit. Da bietet Löwe mit dem Wiederbetriebssystem eine schöne, klare und sehr schnelle Alternative zu dem, was man sonst so kennt wie Android oder WebOS oder Tizen und so weiter. Und hat die allerwichtigsten Streaming-Apps auch schon jetzt an Bord. Weitere werden folgen. Bei der Fernbedienung hat Löwe eben schon angekündigt, dass sie da nachbessern wollen. Dann passt auch das Bedienkonzept rundum. Und klar, bei Löwe erwartet man auch ein besonderes Design und auch da kann das neue Modell Bild I liefern. Das sieht man von vorne eher so im Detail, wenn man sich Dinge anguckt, wie eben die untergeflanschte Soundbar. Wenn man den Fernseher von hinten sieht, dann fällt das noch mehr auf mit der schönen Stoffbespannung. Insofern wirklich ein schönes, rundes Gesamtbild und ja, schön, dass der Hersteller weiterhin am Start ist. Bis zum nächsten Mal.